Ich habe in der Vorbereitung hier der Präsentation für heute einfach gedacht, so viel ist ja im letzten halben Jahr nicht passiert, kann ich viel Datenschutz machen und habe dann festgestellt, da gibt es so ein bisschen was, über was wir sprechen müssen. Das Erste, was ich mitgebracht habe, ist unter dem Motto hier Menschen, Tiere, Sensationen, alles das, was in der Entscheidung so im letzten halben Jahr ergangen ist, Bereich E-Commerce, die Aufreger, die wir hatten. Ich fange mal einfach mit folgender Entscheidung an, die seit einigen Tagen durch die Runde geistert. Das ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes, die sich mit einer Kundenzufriedenheitsumfrage beschäftigt. Hintergründe dazu erläutere ich jetzt gerne sofort. Es geht um die Frage, wie kommen Sie denn eigentlich an den ganzen Plattformen auf Ihre Bewertung? Wie können Sie erreichen, dass die Kunden Sie möglichst positiv bewerten? Wie geht man damit um? Der klassische Paketbeileger, den kann ich natürlich machen und sagen, bitte bewertet mich hier positiv und dadurch versuchen, irgendwie das entsprechende Ranking zu bekommen. Was aber natürlich genauso viele versuchen, ist, das Ganze per E-Mail zu machen. Einfach mit der Rechnung oder in sonstiger Form zu sagen, liebe Leute, es wäre schön, wenn ich denn irgendwie eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommen könnte. Auf Amazon, auf Ebay. Und die Sache ist tatsächlich zum Bundesgerichtshof gegangen. Es war die Konstellation, dass derjenige, der diese Mail mit der Rechnung bekommen hat, sich beschwert hat. Da hat man als allererstes irgendwie einen, weiß ich nicht, rechtsschutzversicherten Oberstudienrat vor Augen, der sagt, den zeige ich jetzt mal richtig und gebe das Ganze hier zu Gericht und lasse das klären. Es war also nicht die klassische wettbewerbsrechtliche Situation, wo der eine Mitbewerber dem anderen solche E-Mail-Aktionen verbieten lassen wollte, sondern wirklich ein Kunde, der sich beschwert hat, weil er, und das habe ich in der zweiten Folie dabei, mit folgendem Text belästigt gefühlt hat. Es ging um eine Rechnungsversendung auf dem Amazon Marketplace und um die entsprechende Textpassage, die Sie hier sehen, in einer entsprechenden E-Mail, mit der das Ganze versendet worden ist. Vielen Dank für Ihr Interesse am Unternehmen. Wir sind darauf angewiesen, hier die entsprechenden Bewertungen zu bekommen. Wenn Sie möchten, hinterlassen Sie doch eine solche Bewertung in unserem Profil. Der Bundesgerichtshof war da eiskalt und glasklar und hat gesagt, so nicht, das dürfen Sie nicht. Und das Problem, was Sie einfach an der Konstellation haben, wenn der eine Kunde kommt und sich bei Ihnen beschwert, ja gut, den kriegen Sie vielleicht irgendwo ruhig gestellt, aber wenn so eine Bewertungsanfrage unzulässiger E-Mail-Spam ist, kann nicht nur der Kunde kommen, dann kommt morgen der Mitbewerber, dann kommt die Wettbewerbszentrale, dann kommt sonst irgendjemand und verbietet Ihnen das Versenden von Werbe-E-Mails jeglicher Couleur und für dauerhaft. Also da steckt richtig Risiko drin, wenn man so etwas in irgendeiner Form umsetzen will. Was der BGH dazu gesagt hat, gehen wir nochmal eine Folie zurück, war nämlich an der Stelle, wenn ich hier eine solche Mail habe und wenn es an der Stelle auch nur die Mail ist, mit der Rechnung übersendet wird, wenn Werbung drin ist und die Nachfrage nach Bewertungen ist Werbung, dann ist es unzulässig. Gut, wie kann ich damit umgehen? Ich kann versuchen, ein Opt-in irgendwo zu bekommen. Wie kriege ich ein Opt-in vom Kunden auf Amazon? Keine Chance, das zu kriegen. Müsste es irgendwo anhaken? Geht nicht, kann ich in den Checkout-Prozess nicht integrieren. Kann ich maximal in meinem eigenen Shop machen? Also komme ich da nicht vernünftig hin? Zweite Möglichkeit, über die sprechen wir gleich auch noch in datenschutzrechtlicher Hinsicht, aber die ist auch hier relevant. Ich habe natürlich die Möglichkeit, gegenüber Bestandskunden Marketing auch per E-Mail zu betreiben. Da gibt es eine Ausnahmevorschrift im Wettbewerbsrecht, die hat vier schlanke Voraussetzungen. Wenn ich von meinem Kunden eine Mailadresse bekommen habe beim Kauf einer Ware und ich gleichzeitig mit dieser Mailadresse Werbung betreiben will für ähnliche Waren, dann kann ich das tun, solange ich den Kunden bei Erhebung der Mailadresse darauf hingewiesen habe, dass das so ist und ihm jedes Mal sage, kannst gerne hier ein Opt-out an der Stelle abgeben und sagen, will ich nicht mehr, also der klassische Abmelde-Button im Newsletter. Rechtlich zulässig, auf Plattformen, faktisch nicht umsetzbar. Denn wie will ich an der Stelle dem Kunden deutlich genug machen, dass ich seine E-Mail-Adresse verwenden werde für zukünftige Werbung? Kann ich versuchen, irgendwo in die Bullet-Point mit reinzuschreiben? Ich denke, Amazon wird das relativ schnell rauslöschen und vor allen Dingen bei den Artikeln, wo ich mich an Markenware dranhänge, wo noch ganz viele andere Verkäufer drin sind, kriege ich solche Änderungen wahrscheinlich gar nicht erst rein. Schreibe ich es in meine Datenschutzerklärung, liest es keiner, ist nicht mehr deutlich genug. Auf Plattformen ist damit diese Art der Werbung tot. Funktioniert nicht mehr. Also der Versuch, in irgendeiner Form da Werbung unterzukriegen, dürfte damit nicht erfolgreich sein, egal wie ich es drehe und egal wie ich es wende. Eigentlich ist die Entscheidung keine Überraschung. Es gab eine, die ist schon ein oder zwei Jahre alt, da ging es um Werbung in einem Autoresponder. Also ich schicke eine Mail an eine E-Mail-Adresse, bekomme einen Autoresponder zudrück, unten drin Werbung. Diese Werbung war schon unzulässig. Ich glaube, da hatte auch wieder im Berufsquerulant ein Rechtsanwalt geklagt und versucht, das Ganze wegzubekommen. Hat funktioniert. BGH hat gesagt, das ist Werbung. Das heißt also, der Spielraum, wie ich denn überhaupt in meine normale Kundenkommunikation noch Werbung unterkriegen kann, der ist gegen Null. Also ich kann mir überlegen, mache ich es in die Mail rein, wird nicht funktionieren. Ich kann dann überlegen, schreibe ich es irgendwo auf die Rechnung drauf. Ich glaube nicht, dass es das besser macht. Also da ist mir die Möglichkeit einfach genommen, so um Bewertungen nachzufragen, sonstige Dinge zu bewerben, irgendwelche Upselling-Angebote zu machen. Funktioniert an dieser Stelle definitiv nicht mehr. Also erstes Learning für heute. Lassen Sie an der Stelle von solchen Mail-Aktionen, wenn es die Plattformen betrifft, die Finger. Wenn Sie das Ganze im Shop umsetzen wollen, unter Bezugnahme auf die gerade eben geschilderte Ausnahmevorschrift, dann kann man sowas umsetzen. Kein Problem, das geht. Gleich beim Thema Datenschutz sage ich noch ein paar Sachen zu den Voraussetzungen, wie ich es einbinden kann. Aber das ist so ein bisschen die letzte Hoffnung, die Sie in diesem Bereich haben, um da E-Mail-Marketing noch erfolgreich betreiben zu können. Produktbeileger kann ich natürlich weiterhin einsetzen. Bei all denjenigen, die das klassische FBA-Geschäft betreiben, wird es schwierig. In die Pakete von Amazon bekomme ich nichts rein. Das kann ich also dann nur umsetzen, wenn ich tatsächlich die Ware selber packe. Ob die Responsequoten auf so einen Produktbeileger dann groß genug sind oder sich, das muss jeder für sich selber messen und schauen, ob man damit seine Kunden erreichen kann. Aber das ist dann so der klassische Weg, den ich an der Stelle betreiben kann. Zweiter großer Aufreger, den wir hatten, ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofes, die sich da so schön Ortlieb nennt und die Amazon-Suche betrifft. Auch da habe ich mal wieder den Sachverhalt mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das Ganze erkennen kann. Das ist hier ein dreiseitiges Suchergebnis auf Amazon. Der Markenhersteller Ortlieb fand es wenig schön, dass halt eben einfach in einer Suche, man kann es hier oben glaube ich sehen, da nach Ortlieb plötzlich hier nicht nur Ortlieb-Produkte, sondern auch ein Tartonka-Rucksack oder sonstige andere Markenware auftauchte. Und es ging letzten Endes einfach um die Frage, ist das, was da passiert, eine Markenverletzung oder ist es keine? Ich habe dieses Thema schon hier auf dieser Bühne ein- oder zweimal angeschritten und muss mich da glaube ich korrigieren. Ich war nämlich der festen Überzeugung, das ist eine Markenverletzung und egal, ob da Keywords im Spiel sind oder ob das durch einen Algorithmus passiert, da muss man verhaften. Der Bundesgerichtshof hat das jetzt relativ deutlich entschieden und komplett andersrum, als ich es erwartet habe. Der hat gesagt, das, was da auf Amazon passiert, ist keine Markenverletzung. Begründet hat er es relativ spannend, weil er damit zu erkennen gibt, wie er diese Suche auf Amazon eigentlich wertet. Es gab Entscheidungen davor, da ging es um die Frage, wenn ich in meinem eigenen Webshop eine Online-Suche habe und ich nach bestimmten Produkten suche, eine Suchergebnisliste ausliefere und da das Suchwort wiederhole, aber die Artikel dann nicht dazu passen. Da hat der Anbieter Pearl mal vom BGH verloren. Hat der BGH gesagt, das ist eine klare Markenverletzung, wenn ich dieses Suchwort in der Ergebnisliste habe, da tauchen Ergebnisse auf, die haben damit nichts zu tun. Markenverletzend. Eine Extrem. Das andere Extrem war das, was in Suchmaschinen passiert. Klassisches Advertising mittels Google AdWords. Da ging es um die Frage, wenn ich dann AdWords schalte zu einem Keyword, ich das Keyword nicht sehen kann, ist es eine Markenverletzung. Da genauso klar, aber am anderen Ende der Skala hat der BGH gesagt, nein, das ist keine Markenverletzung. Und jetzt die Frage, wie sieht Amazon an der Stelle aus? BGH hat sich an der Stelle entschieden, Amazon wohl wie eine Suchmaschine zu sehen. Denn, hatten wir gerade, die Begründung dazu war, wenn ein normal informierter Benutzer erkennen kann, dass es an der Stelle Waren sind, die nicht vom Markenhersteller stammen, rechnet er auch gar nicht damit, dass ich bei Amazon nur Suchergebnisse zu diesem Markensuchwort bekomme, sondern auch Alternativangebote bekomme. Die Vorinstanzen zu einigen dieser Verfahren, die waren da ganz spannend. Also das Landgericht Köln hat mal relativ plastisch gesagt, wenn ich in den Laden gehe und nach Schuhmarke Adidas frage, bekomme ich ja auch nicht ungefragt irgendwie Nike vorgesetzt, sondern das passiert ja immer irgendwo mit einleitenden Worten und nicht einfach irgendwie in Bergschuhe und ich kann mir dann raussuchen, ob das zu meiner Suchanfrage da passt. Hat der BGH anders gesehen und meinte, dass das also keine Markenverletzung sein kann, wenn man das erkennen kann. Wir haben das Ganze zurückgegeben zum Oberlandesgericht München, um über bestimmte Fragen nochmal zu entscheiden. Aber die Quintessenz, wenn man die Entscheidung liest, ist, das wird unter keinem Umstand eine Markenverletzung sein, weil nach Auffassung des BGH der Verkehr an der Stelle in der Lage ist, zu differenzieren in einer Suchergebnisliste, wo kommt was her. So, praktische Auswirkungen des Ganzen, wenn man an der Stelle nicht unbedingt Markenartikler ist, wenn man beispielsweise ein FBA-Produkt hat, mit Eigenmarke gestartet ist, kann an der Stelle eigentlich keinen Unterschied mehr machen, ob meine zehn Konkurrenten, die das gleiche Segment bedienen wollen, meine Marke als Keyword hinterlegen oder nicht. Denn, wenn ich mir die Begründung vom Bundesgerichtshof anschaue, geht es dabei ja nur um die Frage, kann der Benutzer erkennen, sind das nun Markenprodukte oder andere Produkte? Und da reicht halt eben anscheinend das Feld von hier immer schön aus, um zu sagen, nö, das ist eine andere Marke. Dann ist es auch völlig egal, ob man Konkurrent Backend-Keywords verwendet oder nicht. Also da habe ich möglicherweise ein echtes Problem, an der Stelle überhaupt noch irgendwo dem Herr zu werden. bedeutet, so ein bisschen, es kommt dann auf Plattformen, und dazu haben wir ja gleich noch den Florian Rösch da, jetzt zum Thema SEO, auf Plattformen, dann wohl wirklich darauf an, wie kann ich damit umgehen. Letzten Endes, was wird passieren? Alle werden versuchen, entsprechende Backend-Keywords mit Markennamen zu verwenden. Amazon wird irgendwann merken, da sind meine Suchergebnisse nicht besonders gut und dann werden die auch bezüglich der Gewichtung wieder verschwinden. Also das mag eine temporäre Erscheinung sein, aber nichts Dauerhaftes. Aber im Ergebnis ist es so, wenn plötzlich hier Konkurrenzprodukte in meinem Listing auftauchen, solange die meine Marke nicht im Titel haben, habe ich keine Chance, da dran zu kommen. Wird nicht funktionieren, kann ich markenrechtlich nicht angreifen, muss ich mich mit abfinden. Es gibt noch so einen oder anderen Notennagel, den ich versuchen kann, in irgendeiner Form zu verwenden. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das irgendwo ein Bug von Amazon ist oder ob das tatsächlich gewollt ist. Wenn ich an der Stelle über dieses Suchergebnis auf das Einzellisting gehe und mir dann mal anschaue, was mit den Meta-Tag-Keywords passiert, dann ist das relativ spannend zu sehen. Das werden die meisten wissen. Meta-Tag-Keywords auf Webseiten, markenrechtlich geschützte Begriffe, darf ich da nicht reinsetzen. Die Entscheidung vom Bundesgerichtshof ist deutlich über zehn Jahre alt. Was Amazon aber macht, ist die Suchanfrage in den Meta-Tags der Suchergebnisseite einfach zu platzieren. Das heißt also, über dieses Suchergebnis komme ich zu einer Ergebnisseite, Einzelergebnisseite, wo plötzlich ganz andere Meta-Tag-Keywords drinstehen, als wenn ich diesen Artikel über das Händlerschaufenster oder sonst einfach nur über die Asin oder über eine Google-Suche aufrufe. Ob das dann tatsächlich eine Markenverletzung ist, das werden die Gerichte klären müssen. Ob Amazon das vielleicht mal irgendwann abstellt, ist eine andere Frage. Aber das ist der einzige Bereich, wo man jetzt einem Konkurrenten auf Amazon noch kommen kann. In allen anderen Fällen werden sich damit abfinden müssen, wenn zu einem Markennamen Suchergebnisse auftauchen. Die sind einfach so, die kriege ich nicht angegriffen. Nächstes Thema. Hat kaum jemand ein Bild bekommen, ist nämlich schon ein guter Jahr alt. Für all diejenigen, die Rechtstexte von großen Anbietern beziehen und Gebrauchtwaren verkaufen. Sollten sich eine Sache in ihren AGB anschauen. Üblicherweise ist es so, das dürfte jeder auch irgendwo mitgenommen haben, als Händler muss ich für Neuware 24 Monate Gewährleistung geben, mit der klassischen Beweislastumkehr nach 6 Monaten. Für Gebrauchtware kann ich das auf ein Jahr beschränken. Das stimmt nicht mehr. Der EuGH hat in einer Vorlagefrage zum belgischen Recht, aber es geht um die gleichen europäischen Vorschriften, die auch in Deutschland umgesetzt worden sind, die Frage zu entscheiden gehabt, Das, was in der EU-Richtlinie drinsteht, das, was ich mit der Haftungsverkürzung für Gebrauchtware machen kann, betrifft das auch die Verkürzung der Gewährleistung. Und die Entscheidung war, nein, die betrifft es nicht. Das sind Haftungsfragen, das sind keine Fragen der Gewährleistung für Mängel. Und die Klausel, dass Gebrauchtware nur eine einjährige Gewährleistung haben, dürfte so nicht mehr umsetzbar sein. Ich bin der Meinung, dass die großen Texteanbieter schon reagiert haben und das entsprechend geändert haben sollten. Schauen Sie sich aber trotzdem noch mal an, gerade wenn irgendwo bei Ihnen Gebrauchtware eine Rolle spielt. Da müssen Sie darauf achten. Man kann sich dann rechtlich noch darüber unterhalten, in der Zeit, wo also das deutsche Recht jetzt europarechtswidrig ist, ist es dann anzuwenden, kann ich sowas schon abmahnen, ja oder nein. Ob jemand irgendwo in dieses Haifischbecken dann reinspringen will, weiß ich nicht, aber nichtsdestotrotz, gucken Sie sich bitte die Texte an, ob das schon raus ist. Bleiben wir bei Gebrauchtwaren. Relativ frische Entscheidung. Es ging um Mobiltelefone und den Begriff Refurbished. Wir hatten das schon mal vor einiger Zeit, wo das OLG Hamm mal was zu B-Ware gesagt hat. Auch wieder klassisch die Frage, wie kennzeichne ich denn eigentlich Gebrauchtwaren und was kann an der Stelle mein Kunde dort erwarten. Und hier ging es also um ein wiederaufbereitetes Smartphone. Ich glaube, es war ein Samsung-Gerät, wo der entsprechende Händler sogar noch ein Refurbished Certificate hochgeladen hatte und gesagt hatte, hier ein Refurbished-Gerät mit entsprechendem Zertifikat. Landgericht München, ich weiß nicht, ob es in München anlag, sagten, was Refurbished heißen soll, versteht doch kein Mensch. Und wenn da sonst im Angebot nicht drinsteht, dass es sich um Gebrauchtware handelt, ist dieses Angebot so irreführend. Bedeutet an der Stelle, wenn ich Gebrauchtware nicht kenntlich mache, kann ich dafür ganz entspannt abgemahnt werden. Also aufpassen bei Gebrauchtware, wie kennzeichne ich das. Das, was der Senat in Hamm dazu mal gesagt hat, ist auch die Kennzeichnung B-Ware reicht an der Stelle auch nicht aus. Auch da kann ich nicht versuchen, mich hinter zu verstecken. Wenn es Gebrauchtgeräte sind, genauso kennzeichnen. Dafür gibt es ja auch die entsprechenden Kategorien auf den Marktplätzen, um was zu machen. Und im eigenen Shop muss ich es halt eben deutlich genug mit reinschreiben. Weitere Aufreger, auch schon ein paar Tage alt, aber in der kompletten Bandbreite kommt das jetzt erst so langsam, was da eigentlich hinter steckt. Geht um die schönen Espresso-Kapseln oder Kaffeekapseln jeglicher Couleur, aber nicht nur darum, sondern um Ware, die vorgepackt verkauft wird. Nahrungsergänzungsmittel, da kocht diese Frage jetzt so langsam hoch. Immer dann, wenn ich Ware nach Länge, nach Fläche, nach Volumen, nach Gewicht abgebe, muss ich einen Grundpreis hinterlegen. So weit, so gut. Das heißt also, 500 Gramm Mehl, ein Kilo Zucker oder 10 Kilo Streusalz, Grundpreis kein Problem. Was bedeutet das bei solchen Waren wie bei Kaffeekapseln? Denn wenn man sich mal anguckt, ich glaube, Druckertinte, Liquids für E-Zigaretten und diese Kaffeekapseln, wenn man das mal runterrechnet, was das wirklich pro Gramm, pro 100 Gramm kostet, das ist ein Drama, das sind die teuersten Stoffe der Welt, die ich da überhaupt habe. Deswegen versucht man sich gerne hier mal in irgendeiner Form dahin zu verstecken, um das nicht zu benennen. Aber des OLG Koblenz ist der Meinung, auch bei solchen Kaffeekapseln brauche ich an der Stelle definitiv einen Grundpreis. Da mag man sich fragen, warum. Weil da steht auch hier oben einfach nur 50 Mal Kapseln. Das gebe ich doch nicht nach Gewicht ab. Doch. Und zwar juristischer Winkelzug. So ist das halt eben einfach, wenn Juristen immer mal irgendwie um die Ecke denken und schauen, wie kriegen wir den doch noch dran. Es gibt eine Fertigpackungsverordnung. Die Fertigpackungsverordnung sagt, dass ich auch für solche Waren auf der Verpackung, und es steht dann auch letzten Endes drauf, wenn man sich das mal anguckt, die Netto-Füllmenge angeben muss. Und wenn ich die Netto-Füllmenge angeben muss, dann muss ich bezogen auf diese Netto-Füllmenge selbstverständlich auch den Grundpreis angeben. Ende der Diskussion. Und auch Ende dieses Verfahrens. Das Ganze geht nicht zum Bundesgerichtshof hoch. Ich glaube auch nicht, dass die in irgendeiner Form anders entschieden hätten. Dementsprechend, bei allen Waren, die irgendwo in dieser Form abgegeben werden, und der Verband Sozialer Wettbewerb aus Berlin ist gerade sehr aktiv, das Ganze abzumahnen, Nahrungsergänzungsmittelbereich, überall da, wo ich 100 Kapseln habe, schreiben Sie bitte den Grundpreis rein. Ansonsten kommt die Abmahnung so sicher wie das Abend in der Kirche. Auch da muss ich zwingend den Grundpreis mit reinnehmen. Deswegen, wichtiges Thema. Grundpreis kann ich lange darüber diskutieren. Bei der Frage Tapeten gebe ich die Rolle nach Länge ab, gebe ich die nach Quadratmetern ab, kommt man irgendwo in Feinheiten rein. Aber das ist hier eine relativ klare Sache. Und eigentlich sollte hier, nein, kommt nicht, habe ich die Folie etwa vergessen. Na gut, dann erzähle ich es halt eben einfach so. Es gibt eine Entscheidung vom, ich glaube, OLG Stuttgart ist es, die beschäftigt sich mit der Frage, wie mache ich es denn richtig bei Ebay? Bei Ebay habe ich ja immer das Problem, dass die Plattform einfach, was die Darstellung von Grundpreisen angeht, nicht besonders ausgefeilt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich inzwischen zwar in den allermeisten Ansichten den Grundpreis mit angeblendet habe, aber in der Minigalerie ist er noch nicht mit drin. Und das Oberlandesgericht hat da gesagt, dass zumindest in dieser Form der Darstellung das noch kein konkretes Angebot ist, das ich irgendwo eingehen kann. Deswegen muss ich da den Grundpreis nicht angeben. Führt in der technischen Konsequenz dazu, dass wenn ich wohl die Ebay-Funktionen nutze, um den Grundpreis anzugeben und es wird halt eben einfach dann im Listing selber, in der normalen Listing-Ansicht und in Suchergebnissen angezeigt, dann dürfte es wohl insgesamt ausreichend sein. Florian, wenn ich da Quatsch erzähle, dass wir technisch noch irgendwas anderes haben, dann korrigiere mich da. Aber ich glaube, dass die Unsitte, aber die war ja nur aus der Not herausgeboren, dass man den Grundpreis immer an den Anfang des Titels schreiben musste, so langsam aber sicher so ein bisschen dahin schwindet und dass man jetzt Chancen hat, die Angebote auch vernünftig darzustellen. Sollte machbar sein. So, ein weiteres Thema, was Amazon betrifft, was Plattformen insgesamt betrifft, was das schöne Spiel über Bande betrifft. Wenn ich versuche, Angebote von Plattformen runterzubekommen und ich keine Lust habe, den Mitbewerber selber abzumahnen oder ich keine Chance habe, den abzumahnen, weil es beispielsweise irgendwie ein Anbieter aus Fernost ist, dann habe ich die Möglichkeit, auf Plattformen, entweder bei Ebay über das Were-Programm oder hier über Amazon, das entsprechende Infringement-Formular, Angebote löschen zu lassen. Das ist eine verdammt heikle Sache. Denn, was machen die Plattformen? Aus Angst vor der eigenen Inanspruchnahme sagen die natürlich, dann lösche ich halt erstmal, klärt das irgendwie untereinander und dann schalten wir vielleicht das Listing wieder frei. Das führt effektiv dazu, dass ich meinen Mitbewerber mit so einer zumindest behaupteten Mitteilung ganz entspannt absägen kann und der muss an der Stelle schauen, wie kriege ich mein Listing wieder flott. Die dazu runde liegende Konstellation, die das Landgericht Hamburg da entschieden hat, war eine Design-Sache, also jemand hat ein Design in der EU eintragen lassen und das Schöne beim Design ist halt, das bekomme ich sofort eingetragen, weil es ein ungeprüftes Schutzrecht ist. Guckt sich keiner beim Amt an, die gucken sich nur die Bilder an, hinterlegen die in der Datenbank, fertig habe ich mein Design. Ob dieses Design wirksam ist oder nicht, entscheidet sich erst im Verletzungsverfahren. So ein Design kann ich perfekt dazu nutzen, um bei Amazon eine Kategorie aufzuräumen. Denn das Einzige, was Amazon macht, ist zu schauen, von wann ist das Design und von wann ist dieses Angebot. Und wenn das Design älter ist als das Listing, dann löschen die erstmal. Führte dazu, dass im Bereich der Fidget Spinner, kennt ihr noch jemand, reihenweise Angebote von Chinesen gelöscht worden sind, also auf Bestreben von Chinesen gelöscht worden sind, deutsche Seller, die sich nicht wehren konnten, weil wir irgendwelche unwirksamen Design-Eintragungen hatten, die aber trotzdem zur Löschung geführt haben. Mit Amazon darüber zu verhandeln, keine Chance, funktioniert nicht. Und das hat jetzt Landgericht Hamburg mal als ein Fall der sogenannten Abnehmerverwarnung gesehen. Die habe ich eigentlich klassisch immer dann, wenn ich in der Lieferkette nicht den Hersteller abmahne, sondern alle Abnehmer. Da kann ich mich wettbewerbswidrig verhalten, wenn ich eine solche Abmahnung ausspreche. Und die Konstellation ist in etwa vergleichbar. Wenn ich also an Amazon als meinen Vertriebskanal rangehe und sage, löscht die Angebote mal, weil die rechtsverletzend sind und das war unbegründet, dann fange ich mir an der Stelle hier dann genauso die entsprechende Abmahnung und Unterlassungsverfügung, dass ich solche Mahnungen, Warnungen oder Sperren nicht mehr aussprechen darf. Und das kriege ich halt eben auch gerichtlich untersagt. Ich habe selber ein Verfahren auch in Hamburg dazu geführt und die Anforderungen sind da relativ hoch. Das war eine Bildurheberrechtssache, wo noch nicht mal das gesamte Angebot gesperrt war, sondern nur entsprechende Bilder rausgeflogen sind. Und haben wir uns gegen gewehrt und haben gesagt, liebe Leute, mit den Bildern haben wir nichts zu tun. Die haben wir bei Amazon nicht hochgeladen. Wir haben uns nur drangehängt, da haften wir auch gar nicht für. Und das Ganze zog sich dann eine Weile hin. Und als das vor Gericht landete, war der Sperrer noch nicht mal in der Lage zu sagen, wie das Angebot eigentlich ausgesehen hat, um welche Bilder es ging und dass er an diesen Bildern vielleicht auch Nutzungsrechte hatte. Das heißt also, sobald Sie zu diesem Mittel greifen und entsprechende Sperrungen auf Plattformen aussprechen, dokumentieren Sie das nur ja sauber. Machen Sie einen Screenshot, sagen genau darum geht es, machen auch einen Screenshot von dieser Mitteilung. Denn wenn man dieses Formular abschickt, ist es weg. Ich kriege noch irgendwie eine Bestätigungs-Mail, die ich dann noch irgendwie mit einer Art Double-Opt-In irgendwo bestätigen muss, um die E-Mail-Adresse zu verifizieren. Aber ansonsten ist das weg. Was ich da eingetragen habe, sieht nachher kein Mensch mehr. Und das kriege ich auch von Amazon nicht mehr wieder. Also dokumentieren Sie das, wenn Sie eine solche Sperre aussprechen. Sie müssen sich nämlich im Zweifelsfalle nachher dafür rechtfertigen, warum Sie das getan haben, ob das berechtigt war. Also Screenshots machen. Vielleicht noch da ergänzend zu, Sperren bei Amazon, das ist ja was, was ich auch hier schon mal häufiger gesagt habe, funktionieren in bestimmten Segmenten, wenn ich versuche, meine Kategorie mal einfach von den ganzen chinesischen Anbietern, fernöstlichen Anbietern freizubekommen, funktioniert nach wie vor wunderbar. Immer dann, wenn ich irgendwo einen Rechtsverstoß habe, den ich entweder klar sehen kann, Elektrogerät beispielsweise, und da ist dann ein chinesischer Anbieter, der ist nicht bei der Stiftung ERR registriert, oder ich mache Testbestellungen und die haben keinerlei Herstellerkennzeichnung auf dem Produkt. Das kann man bei Amazon weiterhin melden, das melde ich relativ häufig der Rechtsabteilung, dann sperren die auch ganz gut. Also da kommt man immer noch mit weiter, aber auch da sauber dokumentieren, um nachher nicht in die Falle zu laufen. Denn auch da, bemerke ich, wird die Luft, ich will nicht sagen dünner, aber in bestimmten Segmenten scheint das so hart umkämpft zu sein, dass ich also, die Meldung mache ich bei mir, erstmal anonym für meine Mandanten. Die haben nämlich meistens Angst, dass ansonsten Amazon sagt, guck mal, Querulant sperren wir den mal von der Plattform aus. Führt dazu, dass ich also schon eine chinesische Austauschstudentin vor der Kanzleitüre stehen hatte, die mal für Freunde gefragt hat, warum denn die Sperre da gekommen ist. Jetzt auch der erste Anbieter aus Fernosten, Kölner Anwalt beauftragt hat, um da mal ranzukommen, was da eigentlich an der Stelle war. Also in bestimmten Bereichen, Handy-Zubehör war das in den Fällen, scheint so hart umkämpft zu sein, dass sie auf diese Listings so angewiesen sind, dass sie tatsächlich auch mal den Weg hier rüber machen und schauen, wie kann ich diese Sperre denn in irgendeiner Form wieder wegbekommen. Also da sind wir mal gespannt, was da passiert. Aber gerade was Anbieter aus Fernost angeht, sind wir ja sowieso gespannt, was ab dem 01.01.19 passiert, wenn die Marktplätze in die Haftung, in die steuerrechtliche Haftung für ihre Anbieter kommen, ob dann tatsächlich da noch reihenweise chinesische Anbieter drin sind oder ob die nicht einfach dann runterfallen, wie die fliegen. Ich bin selber sehr gespannt, was passiert. So, nicht so neu, Dauerbrenner. Einfach ein paar Themen, die ich hier gerne nochmal aufgreifen würde, weil es an der Stelle nämlich reihenweise abgemahnt wird. Gerade der vielgeliebte IDO-Verband aus Leverkusen mahnt Garantien ab, als ob es kein Morgen gäbe. Die lebenslange Garantie, die 30-jährige Garantie, die 5-Jahre-Hersteller-Garantie, ohne eine entsprechende Garantieerklärung auf der Plattform wird das nichts. Haftungsrisiko immens, wenn ich mich an irgendeinen Markenartikel dranhänge, an irgendeine Tefal-Pfanne, an irgendeinen Selitkochtopf und irgendein x-beliebiger Händler schreibt dann plötzlich was von der Garantie rein und es fehlt die Garantieerklärung. Wer wird abgemahnt? Alle 30 Anbieter, die auf diesem Listing hängen. Warum werden sie abgemahnt? Weil im Gesetz drinsteht, wenn ich mit Garantien werbe, muss ich auch die entsprechende Garantieerklärung vorhalten. Wie mache ich das bei Amazon? Kriege ich überhaupt gar nicht rein. Ich kann nicht auf Webseiten Dritter verweisen. Links nach draußen sind nicht erlaubt. Sonst die Möglichkeiten, das unterzubringen, wenn der Markenhersteller drei Seiten Garantieerklärung drin hat, habe ich auch nicht. Das heißt also, ich hänge mit Garantien immer am Fliegenfänger. Bekomme ich deswegen eine Abmahnung? Was sollte ich dann auf keinen Fall tun? Eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Warum sollte ich das nicht tun? Weil diese Unterlassungserklärung sich natürlich nicht nur auf diese eine Fünf-Jahre-Garantie für den Kochtopf bezieht, sondern auf Garantien insgesamt. Dann habe ich 5000 Artikel bei Amazon. Da werde ich nicht der ganzen Sache Herr. Kann ich nicht prüfen? Kann ich nicht regelmäßig prüfen? Der BGH hat mal gesagt, wer länger als zwei Wochen nicht reinguckt, haftet dafür. Das Oberlandesgericht Köln war mal der Meinung, wer werktäglich prüft, der haftet nicht dafür. Aber wie kann ich 5000 Angebote werktäglich überprüfen, ob da Garantie drin steht? Kann ich einfach einstellen. Kann ich versuchen zu automatisieren? Gibt es entsprechende Tools für? Aber das funktioniert halt eben einfach nicht. Und deswegen ist so eine Unterlassungserklärung ein ganz erhebliches Risiko. Da muss man sich in jedem Falle beraten lassen, wie geht man damit um. Hier habe ich gegenübergestellt, echte Garantien versus Verkaufsförderung. Denn es gibt auch gerade im Amazon-Umfeld so viele Anbieter, die sagen 100% Zufriedenheitsgarantie. Es ist keine Garantie im eigentlichen Sinne. Eine Garantie im Rechtssinn meint eigentlich nur, ich hafte für das Produkt in bestimmter Form. Solche Zufriedenheitsgarantien werden als Verkaufsförderung angesehen. Aber auch für Verkaufsförderung muss ich die Bedingungen der Inanspruchnahme deutlich reinschreiben. Und wenn ich dann so Sätze lese wie 100% Zufriedenheitsgarantie, wenn Sie mit dem Artikel nicht zufrieden sein sollten, melden Sie sich. Wir finden bestimmt eine Lösung. Das ist keine ausreichende Darstellung der Bedingungen der Inanspruchnahme. Ich muss sagen, wie lange kann sich jemand melden, wohin muss er sich melden, was mache ich dann und welche Rechte hat der Kunde. Und ich muss darauf hinweisen, dass an der Stelle die normalen Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt werden. Dementsprechend auch da aufpassen, wenn ich mit solchen Garantien, auch wenn es keine echten Garantien sind, werbe. Grundpreisangabe. Ach, da haben wir doch die Entscheidung, die ich gerade eben schon meinte. Heute, OLG Stuttgart bei der Ebay Mini-Galerie, wo es anzugeben ist, wie es anzugeben ist, das hatten wir gerade. Weitere Bereich, der extrem häufig abgemahnt wird, sind gesundheitsbezogene Angaben in Bezug auf Lebensmittel jeglicher Couleur. Was durch die Presse gegeistert ist, Bier darf nicht mehr bekömmlich sein, weil Bier Alkohol enthält und das ist ja nun mal schädlich. Und deswegen darf man Bier nicht mehr bekömmlich nennen. Aber alles das, was irgendwo Gesundheitsbezug hat und natürlich, wenn ich reinschreibe, Äpfel sind gesund, dann habe ich schon eine gesundheitsbezogene Angabe. Und es gibt eine EU-Datenbank, wo ich nachschauen kann, ob ich damit werben darf oder nein. Äpfel stehen da nicht drin. Und dann darf ich so eine platte Aussage schon nicht mehr tätigen. Auch da gibt es wieder Verbände, die darauf getrimmt sind, so etwas abzumahnen. Die schauen sich die Sachen relativ detailliert an. Muss man gerade, wenn man hier im Nahrungsmittelbereich, Nahrungsergänzungsmittelbereich unterwegs ist, deutlich aufpassen. Ich glaube, die Formulierung, die ich seit Ende letzter Woche auf dem Tisch habe, ist wieder irgendein Nahrungsergänzungsmittel im Sportbereich bringt dich in Topform. Gesundheitsbezogene Aussage kann man auch schon so nicht mehr sagen. Auch da kann man für abgemahnt werden. Ist in dem Segment definitiv ein Dauerbrenner-Thema. Die Lebensmittelinformationsverordnung, auch da wieder ein Riesenthema. War mal ein ganz großer Krach, weil man gar nicht genau wusste, wie kann ich die ganzen Vorschriften in irgendeiner Form überhaupt erfüllen. Inzwischen sind die Plattformen da relativ weit. Da funktioniert das Ganze dann. Aber es tauchen Zusatzprobleme auf. Immer dann, wenn ich Ökoprodukte anbiete mit dem schönen EU-Label, stellt man sich jetzt die Frage, was muss ich denn dann tatsächlich auch in meinen Listings angeben. Und die ersten Gerichte sind der Auffassung, Bundesgerichtshof hat dazu auch entschieden. Hat es dem EuGH vorgelegt und hat gesagt, dass jeder Händler, der mit Ökoprodukten nach der entsprechenden Öko-Verordnung handelt, sich einem Kontrollsystem unterwerfen muss. Bekommt dann eine eigene Kontrollstelle zugewiesen. Die hat eine bestimmte Codenummer, DE-ÖKO und dann eine dreistellige Nummer. Die muss mit angegeben werden. Die muss auch, allerdings nicht die des Händlers, sondern die des Lebensmittels, muss auch als Pflichtangabe mit in das Listing rein. Steht in der Lebensmittelinformationsverordnung so nicht drin, sind aber andere verpflichtende Informationen über Lebensmittel auch mit reinschreiben. Also wer Bioprodukte drin hat, Ökoprodukte drin hat, da auch nochmal reinschauen mit aufnehmen. Nahrungsergänzungsmittelverordnung, das ist wie gesagt ein Thema, was gerade viel abgemahnt wird. Auch da gibt es entsprechende Warnhinweise für Nahrungsergänzungsmittel. Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren, ersetzen nicht eine gesunde Ernährung. All die Warnhinweise, die da drin stehen, müssen ins Listing mit rein. Bedeutet auch da wieder, Segment kennen, wissen welche Warnhinweise, welche Pflichtangaben wir haben und die in die Listings mit aufnehmen. Es wird abgemahnt. Ja, immer wieder ein Dauerbrenner, unverbindliche Preisempfehlung, Streichpreise, das habe ich vorgestern noch wieder abgemahnt. Amazon-Artikel im Angebot von Amazon seit dem Ende August, seitdem konstant mit einem Streichpreis drin. Warum geht das nicht? BGH hat auch entschieden, dass der Streichpreis bei Amazon geht. Ja, warum geht der? Ja, weil man davon ausgeht, wenn ich einen gestrichenen Preis sehe, ist der gestrichene Preis, den ich vorher mal gefordert habe. Wenn ich den Artikel aber erst seit einer Woche drin habe, wann will ich den denn wo bitte gefordert haben? Funktioniert nicht. Das heißt also, als Einführungsangebot auf Amazon kann ich einen Streichpreis nicht nehmen. Und das kann ich relativ leicht tracken. Deswegen gerade beim Einsatz von Streichpreisen vorsichtig sein. Insbesondere deswegen vorsichtig sein, weil nämlich fünf Minuten. Dann kann ich mir den Datenschutzteil eigentlich sparen. Na gut, dann machen wir das hier noch zu Ende. Den Streichpreis kann ich halt eben so nicht einsetzen, weil ich selber als Händler in der Beweislast hänge. Ich hänge als Händler dafür in der Beweislast, dass ich den gestrichenen Preis für eine angemessen lange Zeit überhaupt erst mal gefordert habe. Muss ich also selber? Bitte. Ja, es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Woher soll ich wissen, was angemessen ist? Die Bandbreite bei den Gerichten geht von zwei Wochen bis drei Monaten, muss man im Einzelfall sich anschauen. Also das kann man so nicht machen und auf gar keinen Fall Preisschaukel ist das Stichwort. Immer schauen, dass man nachts die Preise hochsetzt, wo eh keiner kauft und tagsüber niedrige Preise hat. Auch das funktioniert nicht. Also da gibt es genügend Verfahren, wo man sowas dann schön tracken kann und sehen kann, wo die Spitzen immer sind. Geht nicht. Also Streichpreise weiterhin ein Thema. Kann getrackt werden, wird abgemahnt. Ist halt eben einfach was, wo man immer aufpassen muss, dass man das nicht auch noch zwischen die Beine gehauen kriegt. UVP bei Eigenmarken, immer dann, wenn ich eine Eigenmarke habe und mit einer UVP werbe. Ich bin nicht so hundertprozentig im Bilde, wie lange Amazon die UVP-Darstellung überhaupt noch mitmachen wird. Ich glaube, die rücken davon weiter und weiter ab. Aber man sollte sich Folgendes vor Augen führen. Die unverbindliche Preisempfehlung ist die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Wenn ich eine Eigenmarke habe, bin ich selber Hersteller. Wenn ich meine UVP streiche, mache ich sie damit ungültig. Wie kann ich dann noch mit einer UVP werben? Funktioniert so nicht. Also auch da vorsichtig sein, Eigenmarkeartikel, UVP gestrichen, klappt so nicht. So, dann machen wir einfach noch zwei Dinge, die als gesetzliche Neuerungen hier anstehen, beziehungsweise anstanden. Das eine ist eine Neuerung im Elektrogesetz. Na? Doch, da ist er. Elektrogesetz. Und zwar, vorher gab es bestimmte Kategorien, denen Elektrogeräte unterfielen. Und das hat sich jetzt zum 15. August geändert. Es gibt eine neue Definition des Elektrogerätes. Und Elektrogerät ist nach dieser Definition alles das, was irgendwo mit Strom betrieben wird. Also vorher konnte man sich für bestimmte Bereiche noch rausreden und sagen, nein, dafür muss ich keine durchgestrichene Mülltonne drauf haben. Nein, dafür muss ich mich nicht bei der Stiftung ERR registrieren. Inzwischen alles das, was Batterien oder einen Stecker hat, braucht eine entsprechende Registrierung, braucht eine entsprechende Kennzeichnung. Kann abgemahnt werden? Warum kann das abgemahnt werden? Eigentlich sagt man doch an der Stelle Elektrogesetz. Worum geht es da? Umweltschutz. Umweltschutz ist eigentlich keine Marktverhaltensregel. Warum sollen denn da Mitbewerber abmahnen können? Auch wieder ein juristischer Winkelzug. Die Kosten der Entsorgung von Elektrogeräten werden auf die Gesamtheit der Hersteller, die sich registriert haben, umgelegt. Das heißt also auch die Kosten der Hersteller, die sich nicht registriert haben, werden auf die, die ordnungsgemäß registriert sind, umgelegt. Also habe ich eine Benachteiligung der Händler, die registriert sind, wenn sich jemand nicht hat registrieren lassen. Also kann ich sowas auch tatsächlich abmahnen. Es wird abgemahnt. Ich mahne sowas selber ab. Es funktioniert wunderbar, wenn ich sowas bei Amazon melde. Vorsichtig sein bei allem, was ein Stecker hat, bei allem, was eine Batterie hat. Und es kann zum Beispiel schon die Armbanduhr sein, die eine Batterie hat, die dann entsprechend so eine Kennzeichnung braucht, so eine Registrierung braucht. Die Dauerbrenner-Themen waren dort, gerade was die Kennzeichnung angeht. Es muss eine dauerhafte Kennzeichnung sein. Ich brauche die durchgestrichene Mülltonne drauf. Immer dann, wenn ich irgendwo Strom dabei habe, brauche ich auch noch eine CE-Kennzeichnung da drauf. Da wird es am dritten Tag, ich glaube, dritten Tag von Product IP, gerade was Produktkonformität angeht, noch einiges zu geben. Was ich alles mit drauf haben muss, wie ich kennzeichnen muss. Und da wird halt eben einfach viel abgemahnt und die neue Definition erweitert den Anwendungsbereich also ganz immens. So, letztes Thema. Verpackungsgesetz. Da habe ich versucht, mich mit zu beschäftigen, bin ich so semi-weit gekommen, weil ich da halt eben auch feststelle, die Gesetzgebung ist da nicht besonders gut und die neuen Ansätze, die man dort gefunden hat, finde ich auch so nicht in Ordnung. Vor allem ergibt sich eigentlich aus dem Gesetzestext auch gar nicht so richtig, was ich denn machen soll. Problem ist, Verpackungen müssen auch jetzt schon nach der Verpackungsverordnung entweder zurückgenommen werden, was ich nicht selber machen darf und dementsprechend muss ich mich einem Entsorgungssystem anschließen. Dafür gibt es genügend Anbieter, die sowas tatsächlich im Portfolio haben, dass ich meine Entsorgungskosten dort bezahlen kann. Und ich bekomme halt eben an der Stelle keine vorlizenzierten Verpackungen. Ich muss davon ausgehen, dass der Hersteller die Verkaufsverpackung, also alles das, wo das Produkt selber drin ist, schon vorlizenziert hat. Da muss ich mich im Zweifelsfalle auch darüber informieren, ob dem so ist. Aber das, was ich beim Verpacken der Ware selber mache, Pappkarton auf, Ware rein, Füllmaterial rein, das Zeug, was ich da verwende und ob das jetzt nun irgendwo Styroporschnipsel sind, ob das Zeitungspapier ist oder ob das was auch immer ist, für dieses Verpackungsmaterial muss ich entsprechende Entsorgungsgebühren abführen. Das ist geltendes Recht, das sollte hier jeder tun. Wer es nicht tut, gut, der flog unterm Radar, weil man es so nicht aufdecken konnte. Man wird es aber aufdecken können, denn das neue Verpackungsgesetz kommt zum 01.01.19 und sieht vor, und das steht genauso in den Gesetzesmaterialien mit drin, dass also Ansatz ist, ich mache das Ganze jetzt transparent, ich mache das Ganze jetzt offen, damit man sehen kann, wer handelt denn hier an der Stelle ordnungsgemäß und ist lizenziert und wer handelt nicht lizenziert. Und da wird es ähnlich wie beim Elektrogesetz eine zentrale Stelle geben, verpackungsregister.org ist es, glaube ich, wo eine öffentlich einsehbare Datenbank hintergeschaltet wird, wo sich die Händler auch registrieren müssen für die Verkaufsverpackung, für die Versandverpackung, die sie verwenden. Und jeder, der in dieser Datenbank nicht zu sehen ist, da wird man genau die gleiche Argumentation führen können, dass man hier an der Stelle sagt, wenn ich registriert ist, kann, das ist nämlich auch eine zwingende Voraussetzung, dann auch keine lizenzierten Verpackungen haben, denn bei der Lizenzierung muss ich meine Registrierungsnummer angeben, also spart er sich die Entsorgungskosten, also sind die Entsorgungskosten wieder was, was auf alle umgelegt wird und mit der Begründung müsste ich sowas auch tiptop abmahnen können. Mal gucken, was da passiert, aber da sehe ich schon die nächste Abmahnwelle rollen, mal gucken, ob das passiert, hat ja bei der Datenschutzgrundverordnung auch wieder gesagt, passiert ist gar nichts. Hat auch beim Wechsel des Widerrufsrechts in 2014 auch wieder gesagt, am ersten Tag waschkörperweise Abmahnung, passiert ist erstmal nichts. Es kann auch durchaus sein, dass das Ganze sich so ein bisschen noch einspielen muss, aber das ist einfach ein Ansatz, wo tatsächlich wieder was passieren kann und weil es eine öffentlich einsehbare Datenbank ist, tun Sie sich den Gefallen und beschäftigen sich mit der Thematik, nehmen Sie die Registrierung vor. Ich glaube, man kann auf der Website der Stiftung jetzt schon eine Vorregistrierung machen, setzen Sie sich damit auseinander, damit ansonsten ist im nächsten Februar oder März, wann die nächste Messe hier ist, nicht wieder heißt, hätte ich doch mal was davon gehört und hätte ich dann was gemacht. Setzen Sie das bitte noch um. So, Stefan, damit wäre ich dann durch.